Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust und wenn du Bock am Video hast, dann irgendwie ist es los. Die erste Frage. Wie viele Follower hat Justin Bieber auf Instagram? Stopp! Drei, zwei, eins. Ich hab 268 Millionen. Oder? Ja. Ich hab 15 Millionen. 86 Millionen. Was? Ich will trotzdem mehr. Niemals. Der ist nicht so Film. Der ist nicht so Film. 160 Millionen, wo lebst du denn, Mama? Ja, soll ich hier Fragen vorlesen? Ja, da ist ja auch eigentlich noch Null, ne? Nene, nene, nene. Aber warte zu. Das heißt, ich bin 108 entfernt, du bist... Ja, ich bin ja dran. Mega. Die Schatzung sind so eine Kamuschka, hat Millionen, dann doch schon... Wie behaupten wir so, da? 15... Luftlinie entfernt von New York nach Chicago zu Kilometern. New York ist da. Chicago ist... Chicago ist... Ähm... Stopp! Drei, zwei, eins. 1. 1.384. Ich hab 2.160. 1.146 Millionen. Das ist auch ne Eins hier vorne, warte. Das ist ne Eins hier vorne, ich bin viel näher dran. Wer bist du, hä? 1.160. Wie viele Einwohner hat Usbekistan? Wo ist dat denn? Deutschland hat 80 Millionen. Einer von 80 Millionen. Usbekistan ist ein bisschen kleiner als Deutschland. Hört schon... Nee. Hey, nein, Usbekistan ist größer. Die Schnauze. Ähm... Stopp! Drei, zwei, eins. 31,3 Millionen. Ich hab 2,1 Millionen. 838.485. Hä, wie geht das? Ich dachte, das ist klein. Wow, ich war... Wie viel waren das? Mehr als 30. Äh, nicht mehr als 30. Wie viel ist ein Kubikmeter in Liter? Äh... Warte. Ein... Kubikmeter? Nee. In Liter. Nee. Wieso sag ich das? Ich weiß nicht. Okay, stopp. Drei. Tausend. Zehntausend. Wann erschien der erste Star-Wars-Film? Ja, pfff. Neunze... 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 Ja, wir spielen gegeneinander. Das weichen. Star-Wars? Okay, stopp. Drei, zwei, eins. Nein. Ja, oha. Ich hab 1991. 1977. 1890. Ich hab keine Frage gemacht. Warte, ich muss mir ein Bild posten. Ich hab schon wieder 10 Minuten zu spät. Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Also nicht allgemein. Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Also nicht allgemein. Doch! Pro Kopf? Nein, pro Kopf. Pro Kopf. Wie viel ist ein normales Glas? Jetzt sag nicht direkt die andere. Pro Kopf, Leo, ne? Ja, 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 ja. Alles gut. Ne, ne, stopp, stopp, stopp. Ne, ne, ne. Du hast 1500 Liter. 1500 Liter! Sagt 300 Liter. 100? Ich wollte erst 100 schreiben, bin ich ehrlich. Ich finde das nicht zu wenig. Letzte Frage. Wie lang ist der Begattungsapparat der 15 cm langen Bananenschnecke? Begattungsapparat? 10 cm langen. Ich sag's, wie es ist. Warte. Wie lang ist die? 15 cm? Ich schwöre, das ist 10 cm. Ich sag 10 cm. 7 cm. Die gibt mir im Kopf rein. Circa 80 cm. Das entspricht 550 %. 10 cm. Die ist so. Ja, so. So, das war's. Tschüss, Lea. Danke fürs Zuschauen. Abo da lassen. Like da lassen. Glocke aktivieren. Die Treppe hört man safe. Give me y'all. Peace, Allah.